Tag zusammen, heute grillen wir mal anders als normal. Heute grillen wir nämlich mit dem Demundi, mit dem mobilen Grillensemble für überall eigentlich. Da gibt es ein paar Bänke dazu, in diesem Fall haben wir drei Stück, wo insgesamt so sechs bis neun Personen dran passen. Dann haben wir natürlich hier die einzelnen Elemente, die ich euch gleich erkläre, während wir sie draus machen. Ja, und einen schönen Tisch, eigentlich alles vorhanden, was man so braucht. Schirm natürlich auch, wenn die Sonne zu stark brennt. Dann fangen wir doch mal an mit dem Lachs, speziell Lachs vom Brett. Dazu nehme ich jetzt erstmal das Brett runter und dann klemmen wir unseren Lachs da drauf. So, jetzt machen wir schon mal den Brotteig fertig. Den rollen wir gleich auf diese Rolle. Das ist schön, dass wir von der Reihenfolge her bei diesem Remundi eigentlich alles so machen können, wie wir wollen, weil wir essen es so, wie es kommt. So, jetzt gibt es noch ein paar Spieße. Wir hängen mal da. Und jetzt. Schöne Mahlzeit für heute Mittag. So, der Lachs ist fertig. Den nehme ich jetzt mal schön runter, so dass sie gut hat. Und der Rest ist auch gleich bereit. Schön das Brot und der Lachs. Damit fange ich an. So können meine Gäste ja gleich kommen. Ich hoffe, dann ist doch was da. Bis dahin. Wir sehen uns. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.